Und ein neues Album ist auf dem Weg. Sehr aufregend im Moment. Ich bin bis spät, spät, 18 Uhr nachts im Studio. Eigentlich bin ich ziemlich durch den Wind, muss ich sagen. Ich arbeite so bis Mitternacht ungefähr und dann gucke ich eine halbe Stunde Fernsehen und schlafe ein. Um dann um zwei Uhr wieder wach zu werden. Und dann gehe ich wieder ins Studio und dann noch ein bisschen weiter. Und so entstehen diese Lieder. Irgendwann muss man ihnen ja Zeit geben. Wir sind zurück an diesem Ort. Und ich saß am heutigen Morgen. Und ich saß in deinem Gesicht. Du bringst Segen und hast mich geborgen. Ja, wenn du in meinen Armen liegst. Hey, verrat mir niemals dein Geheimnis. Deinen unverschämten Trick. Für alle Zeiten unerklärlich. Schick mir ein Lächeln aus dem Nichts. Schlaf weiter, mein Mädchen. Kreise. Oh, ich werde. Ich werde tun. Ich werde tun, was ich kann. Oh, du lässt trübe Tage leuchten. YouTubers und le- Und ich seh es in deinem Gesicht, du bringst Segen und hast mich geborgt. Hey, wenn du in meinen Armen liegst, hey. Come on. Und Friedson singt. Und ich seh es am heutigen Morgen, ich seh es in deinem Gesicht. Ja, du bringst Segen und hast mich geborgt. Ja, wenn du in meinen Armen liegst. Ba, 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 ba. Und Friedson singt. Ba, 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 ba. And Friedson singt. Oh, on each side I'm holding my gun Thank you